Hallo, ich bin Applaus der Zukunft, ich rede gerade, weil Malu hört mich jetzt nicht, aber fordert ich, der musste jetzt auf und jedenfalls jetzt ist das ein Solo gegen Dude-Video, ich hoffe euch gefällt's, wir haben sehr guten Loot. Da könnt ihr ja mal nur zählen, MK. Oh mein Gott, hey Digga, Malu stirbt's und weil das Licht ist, jetzt komm, erst in der Nacht. Oh mein Gott, ich würd's dir haben, nein, 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 komm, mit die, mit die Papp bitte, treff nicht. Oh mein Gott, das war so knapp, süß Digga. Och nur Malu, ich kann mich nicht retten. Oh mein Gott, Leute, wir haben die noch geholt, ja auch weil das ein klein Brawplayer war, aber ich bin ein besseres Brawplayer. Malu heul dir jetzt keinen ab, wenn ich dich nicht wiederholen kann, das tut mir leid. Oh, was heißt denn, oh Gott. Oh Gott. Jetzt, ja, ich glaub ich werd von nicht so uns da bist ich glaub ich werd, ich bin so schlecht, ich glaub ich werd von die Sohn sterben. Ich hoffe es nicht, aber ich glaub. Nee, ich werde nicht von die Sohn sterben, auch wenn man schon jetzt 5 A-Ticks macht. So, macht jetzt schon 5 A-Ticks. Ja, moin. Wett mich sterben von Sohn. Süß. Süd. Süd, Digga, wie wenig Kiel. Ich hab jetzt ein bisschen Kiel, aber meine HP, wenn jetzt oben ein Hetze dreidrückt bin ich direkt tot. Bitte, ich möchte nicht sterben, wir werden sterben. Och nö, ich hab meine Papp vergessen, scheiße. Ja, da ist ein Spast, gut, gut, gut. Ich lass die Minis weg. Dann wird mir nichts passieren. Es passt kurz zu Tieren. Komm. Wir, 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 wir wollen, wenn ich das noch sauf, weil er, komm, auch nö, die Pampers heißen. Ja, Applaus passt. Wir können Sie kommen, wenn Gegner, wenn letzten Gegner nicht gut ist. Es sind noch 5 Gegner. Das heißt, entweder ein Team oder ein Du. Okay? Ein Kill wurde mir gesteht. Mal muss ich jetzt auch auf. Rebelline. Jetzt komm. Komm. Bam. Ein 70er. Hab ihn. Findest mit die MK. Jetzt komm. Jetzt komm. Noch ein Kill. Okay. Noch ein Kill, dann bin ich level 140 und dann. Nee, noch 2 Kill. Jetzt komm. Ich bin bereit. Ja. Ah. Ich bin bereit zum Gewinnen. Digger. Scheiße. Das sieht mich an und ich weiß nicht von wo. Ach da. Komm. 23er. 22er. Easy. Die MK. Digger. Komm. Ich bin sassi. Wir schaffen es. Ich bin keine Small Spur. Komm. Oh mein Gott. Ich mach Bock der Baumeister. Digger. Komm. Wir schaffen es genug. Metz habe ich auch noch. Oh mein Gott. Komm. Komm. Headshot mit Disciper. Sagt mir. Ja. Ach nö. Da geht mit dem Rambock Pusten. Ich kann es schnell schlöpig ihm und jetzt ein Boxen. Jetzt macht er das kaputt. Dann kann ich ihm Pampett geben. Aber ob es verkackt heißt. Ja. war sehr wichtig wenn er hochklettert. Okay. Okay. Mit dem Kaspern. Ja. E-P-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S. Ich hoffe euch hat es mit einem kleinen Video gefallen. Wenn ja. Liken und abonnieren. Habt noch einen schönen Tag. Und. Ciao.